Mein Name ist Roland Thüringer, ich bin Jahrgang 1963 und bin Freischauf in der Schauspieler und ich bin nicht erfreut über die bevorstehende Impfpflicht. Und genau deswegen werde ich am kommenden Samstag, den 15.01. ab 12 Uhr mich gegenüber von der Votivkirche einfinden. Es gibt dort eine Veranstaltung, eine wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich, hat dort eine Bühne aufgebaut, es wird wissenschaftliche Fachvorträge geben und ich werde etwas Unwissenschaftliches auch dazu sagen. Warum? Weil es mir ganz einfach wichtig ist. Gehabt euch wohl!